Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Great Ace Attorney Chronicles hier bei The Great Ace Attorney 2. Im letzten Part haben wir die erste Verhandlung hier in diesem aktuellen Fall abgeschlossen. Wir haben herausgefunden, wie das Opfer das Gasunternehmen austrickst mit seinen tollen Teemünzen. Und die werden jetzt auch gerade überprüft auf Gift hin. Und wenn da kein Gift drin gefunden wird, dann wäre Soseki quasi safe und das wäre sehr gut für uns. Und wir haben jetzt noch einen zweiten Ermittlungstag, der Wahnsinn, dass es das hier auch gibt. Und da dürfen wir uns jetzt dann nochmal an allen möglichen Orten umgucken. Und wir haben da eben einige zur Auswahl, weil wir halt hier am heutigen Tage noch bei keiner von den Orten waren. Und ich würde eigentlich der Tatort am meisten direkt interessieren, weil da dürfte auch gerade Gregson sein und auch die anderen Polizisten. Und ich hoffe, dass sie das gerade überprüfen, wie es mit den Teemünzen aussieht. Deswegen, ich gehe da mal hin und gucke da gleich mal nach. So, ich hoffe, dass es da Ergebnisse gibt. Nämlich das Ergebnis, dass da kein Gift gefunden wurde. Das wäre ganz schön. Oh, hello again, Inspector Gregson. So, habt ihr schon was rausgefunden? What are you doing here? Ähm, well, we were hoping to have another look around, actually. Genau, und dann einfach am Tatort allgemein umsehen. Weil wir wissen zwar jetzt, also das wussten wir davor auch schon hoffentlich, dass Soseki nicht der Mörder ist. Aber wer der wahre Mörder ist, haben wir noch keine Ahnung. Und ich hoffe mal, dass wir dazu jetzt hier irgendwas finden werden. The lawyer representing the defendant has a right to examine the scene, as I'm sure you're aware. Yeah, I know the score. Oh, yes, one other thing. The soap on the ledge outside the window. Did you find it? With the tea in it? Yeah, we found it all right. And there was a small amount of tea in it, as you said. I knew it. It's with the identification section at the yard now. They're looking into it. Okay, wird gerade analysiert. The result should be available later today. That's wonderful news. Thank you. Pretty impressive performance in court this morning. Dankeschön. Sorry? Nothing. Forget it. Just make sure you don't disturb anything in there. Er hat uns gelobt. Oh my God. Vielen Dank, Gregson. So, dann. Werden wir uns mal. Steht immer noch rum. Werden wir uns mal noch ein bisschen umgucken. Hier ist aber noch dieser blöde Briefumschlag. Das stört mich immer noch am meisten. Aber das zählt schon als angeschaut. Ist denn jetzt überhaupt irgendwas Neues? Das Fenster, ja. Der Tisch auch. Dann hier der Gasabsehler wieder. Okay, machen wir erstmal das Fenster. Überall, wo noch kein Haken ist. The sun never shines in this room. Thanks to the depressing brick-up window. Yet, with enough determination, you can always remove the bricks to set some soap outside, can't you? That sounds like a very wise life lesson, Mr. Sato. Only if you plan to follow a life of crime, Mr. Narahudo. So, dann Tisch. So, it turns out that Mr. Shamspear wasn't eating the soap at all. Genau, kurze Info. Ich habe den Namen von Mr. Shamspear immer falsch ausgesprochen. Nämlich Shamspear. Aber Shamspear wird er ausgesprochen. Das war mir nämlich nicht ganz klar, dass Shem auch ein englisches Wort ist. Ich kannte nur Shame für Schande. Aber Shem ist, glaube ich, Betrug oder irgendwie sowas. Und deswegen, das passt auch. Ich hätte trotzdem Shamspear eigentlich besser gefunden als Name, weil das halt sich genauso anhört wie Shakespeare. Weil er heißt ja nicht Shakespeare, sondern Shakespeare. Deswegen Shamspear wäre schöner als Shamspear. Aber egal. Ich werde aber jetzt immer dann Shamspear sagen. Ja, weil so heißt er. Das ist richtig. Das Mysterium, warum er es hatte, auf einer Pläte, während ein Wark in seiner Hand ist geschlossen. Ja, um die letzte Eiskoin aus seiner Maltz. Und in dem Prozess, er hat er auch eine Bar von Sorbon. Es war sicherlich schwer zu erinnern, dass es nur die Dues war. Okay. So, dann hier der Gaszehler. If we ran out of change, we wouldn't even have any light, let alone heat. For the needier, London's winters can be very harsh. That's true. But if you think about it, even the wealthy would find themselves freezing if they ran out of small change. London's winters can be very harsh for the forgetful too, then. Frankly, I'm starting to wonder if Susato-san and I are going to make it to spring. That's true. We don't even have a meter at Baker Street, let alone a gas stove. Look how dark the stain on the floor is underneath the meter there. Yes, from all the water dripping out after the Eiskoins melted, as you established in court this morning. It's a very large and obvious stain, isn't it? Mr. Shamspear must have used an awful lot of Eiskoins, I suppose. It was an ingenious idea. I give him a dad. Ja, das stimmt. Muss man zugeben. Er ist zwar sonst ein ziemlicher Depp, finde ich, aber die Idee, die er da hatte, dieser Betrug, ist schon nicht so schlecht, muss ich zugeben. Relativ smart. So, aber gibt hier nichts Neues möglich am Tatort. Okay, dann nochmal mit Gregson. Quatschen. Are you looking for a new clues, Inspector? Vielleicht muss ich auch später zurück und hier ist jetzt aktuell noch nichts, weil Gregson hat ja gesagt, dass noch später am heutigen Tage die Analyse dann fertig sein sollte und das Ergebnis da sein sollte. Ich habe sogar erwartet, dass es erst morgen dann vor Gericht da sein würde. Aber nee, heute noch anscheinend. Und vielleicht kann ich dann nochmal zurück und dann gibt es hier was Neues oder so. Keine Ahnung. Von Lord von Sieg's Orders, yeah. Dann komm zurück, bis du etwas von mir hast. Er sagt, Oh Gott, poor you. Yeah, poor me. Because we've already searched every bled, knuck and cranny in this place. I don't know what you expect, to be honest. Thank goodness for warm chips, that's all I can say. Ja, die gehen dir nie aus. Well, at least he's honest. Okay, das war's. Dann ist hier nichts mehr. Na gut, dann gehe ich halt wieder. Auch gut. Achso, nee, keine Options. Zurück. Und moving. Wir haben ja noch eben einige andere Orte. Genau, jetzt ist ganz schön. Jetzt ist mir das davor immer gar nicht so wirklich aufgefallen, glaube ich. Irgendwie. Und ich habe es wieder vergessen, jetzt ist der Ort ja bunt, die anderen sind noch schwarz-weiß, weil wir da noch nicht waren am heutigen Tage. Okay, genau. Kann ich mir jetzt noch mal angucken. Ja, okay, aber hier waren wir ja schon. Moment, ich gehe da... Oh, da ist da noch was? Ich meine, ich könnte Sosato noch mal Sachen präsentieren, schätze ich. Äh. Mach mal den... Ich finde immer noch am komischsten, am seltsamsten diesen aufgerissenen Briefumschlag da. Diesen einen Teil. Das hat bestimmt irgendwas mit dem Wahnmörder zu tun. Äh, ich probiere mal den einfach. Aber sagst du nichts dazu. Sosato-san, was machst du davon? Oh, Gott. Was ist das? Lass mich sehen. Wenn du nicht wissen, wirklich, es ist gut, zu sagen. Okay, so. I won't hold it against you. Okay. Also wie stand da irgendwo. Warum ist er nicht bunt? Jetzt ist er bunt. Warum da vorne nicht? Ach so, ist es nur der bunt, bei dem man ist? Ach so, okay. Ich dachte... Aber das ist ja komisch, weil es wird doch schon durch die Silhouette von Ryunosuke symbolisiert, wo man ist. Warum ist er dann noch farbig? Egal. Wurscht. Ähm, ja genau. Sosato sagt, wir können auch mal Mr. Shoums und Iris High sagen. Das haben wir ja auch noch gar nicht heute gemacht. Machen wir das einfach mal. So. Vielleicht haben ja die auch irgendwelche neuen Infos für uns oder so. Ich meine, jetzt an einem neuen Ermittlungstag ist es eh ganz schlau, jeden Ort einfach nochmal zu, nochmal abzusuchen, weil da immer neue Dinge sein können. Oh, Runo und Susi. Hooray, du bist zurück! Hallo Iris. Du bist in feinen Spirits als immer, ich sehe. Ich bin. Und du bist so immaculatlich präsentiert als ever, Susi. Oh, du flattest mich. Well, du könntest nicht kommen, at a better time. Ich habe gerade ein pot tea, ich habe ein paar cups. Really? Danke, Iris. Aber eigentlich, was ist das faul smell? Ha 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 ha! The Wanderer has returned at last! Where on earth have the pair of you been? Um, we've been in court? Oh, for Mr. Mustache's case. That was today, was it? I'm sure I mentioned it only yesterday, Mr. Sholmes. I'm sure you think you did! Well, we can laugh about it now. So tell me, how did the trial go? Reasonably well so far. We've managed to escape without a guilty verdict at least. Really? I would have liked to see it. And I must pass the time of day with Mr. Reaper again. It's been too long. Is Lord von Sieg's an acquaintance, Mr. Sholmes? Hat er irgendwas neues hergestellt? Oh dear. Alright, I'll bite. What's he up to now? Okay, he has a new discovery that stinks! Oh no, not examine. Wait, I'll talk. So. Okay, but first we'll talk about Lord von Sieg's. Also good. Lord von Sieg's, yes. It's an interesting sobriquet he has, isn't it? The Reaper of the Bailey. Once the legendary prosecutor has fought for someone's conviction, that person is doomed. even if he or she is found not guilty by the courts, sooner or later, the hapless soul will vanish from the capital. But vanish how exactly? By falling under a passing carriage or drowning in the Thames or drowning in the Thames, or drowning in the Thames. Mir wird immer ausgesprochen, die Thames, im Englischen, kann ich mich nicht merken. Die Thames, halt. Also coming to a sudden fever or quite out of the blue being set upon by a highwayman. There are numerous routes to one's final terminus, my dear fellow. It all seems a little far-fetched, really. Well, on the bright side, Mr. Mustache is fighting fit, for the time being, at least. That's not overly reassuring. If the rumors are true, though, the obvious conclusion would surely be that those acquitted are, well, by Lord von Sieg's own hand. as it happens, Mr. Sato, that is quite impossible. Oh, why? Naturally, the man very quickly came under such suspicion. However, whenever these incidents occurred, the Reaper always had a cast iron alibi. Ja, ich glaube auch nicht, dass von Sieg's jetzt auch ein Mörder ist. Das glaube ich nicht. Das wäre natürlich ein cooler Plot-Twist. Aber glaube ich nicht. Really? Ich glaube, dass der Fluch einfach irgendwie ihr Quatsch ist. Ich meine, vielleicht steckt da doch schon irgendwas dahinter. Vielleicht noch größere Mächte stecken da eventuell dahinter, aber nicht von Sieg's Zeldach, glaube ich. Und so seine Reine weitergegangen, aber fünf Jahre vor. Er hat aus der Courten niemals wieder zu sehen, als Präsenz wieder zu sehen. Das ist, bis du in das Land gekommen bist, Herr Naruhudo. Ja, das habe ich gehört. In fact, es war der wundere Tag, ich kam, als ich in die Trial bei der alten Baby. Der bitter Kampf zu der Tod coincide mit der Reapers Resurrection und wirklich enden bitterly indeed. Und hier bist du, wieder zu Mr. Reaper. Poor Runo, ich weiß nicht, ob du einfach unglücklich oder unglücklich ist. Ich denke, es geht deeper als ich. Ich sensere general loathing von allen japanischen Menschen. Japaner. Ich meine, es wird sogar eigentlich jetzt besser passen, wenn wir jetzt darüber reden, weil es jetzt damit anschließt. Aber ich will immer von oben nach unten durchgehen. So, irgendwas stinkt hier. Was denn? So, was ist das indescribably fuhle Lass? Haha, well, das ist wahrscheinlich das, würde ich sagen. Okay. Was ist das? My dear fellow, it is of course my latest invention, ja, zeig mal hier, was kann das? A chemical test that can identify whether or not a tea is genuine at the drop of some tea. Ah, oh my, the save stones. There are some unscrupulous swords manning the stars along some of London's less frequented streets. They regularly say what purports to be high quality tea, but is in fact merely dyed leaves of drab flavor. That's certainly unsavory behavior. So, when one is presented with what appears to be black tea, one must be careful. Iris. At the ready, Hurley! Let us add a drop of my chemical to this cup of tea here. Do you see what happens? It's turned completely black. And what a foul odor it's giving Indeed. The blacker the tea becomes and the more foul the odor the better the tea is. Okay, aber will man den da noch trinken? It would appear, that this cup was a particularly fine dutch healing. That's very ingenious. But what do you do with that black liquid now? I mean, wenn ein tea vergiftet wäre, dann würde das ja hoffentlich diese flüssigkeit von ihm quasi also zumindest insofern, dass der tea dann nicht so mega gut sein kann und dann würde der auch nicht schwarz werden oder? Das heißt, wenn wir das bei dem tea von natsume austesten von saseki dann dürfte der auch einfach normal schwarz werden und stinken oder? why dispose of it naturally surely you wouldn't like to drink it would you eh ja Die Herlock-Schomps-Method wird die Grundlage, auf welcher moderne investigativen Techniken basiert werden. Dieser kleine T-Indicant war ein glücklicher Beitrag von meiner aufgehörigen Forensik-Science-Research. Forensik-Science? Ich glaube, ich sollte mehr darüber nachdenken. Das ist voll der Storhannan, weil Faul Smell und Forensik-Science gehören zusammen und Lord von Six und Japanese-People gehören zusammen. Egal. So, jetzt Japaner. Mit Mr. Natsume, who I am currently defending, being Japanese as well as Ms. Susato and myself. I felt it even more keenly in court today. For some reason, Lord von Six seems to have an inherent disdain of the Japanese. Indeed. It is an interesting observation. Do you know something about it? Do you, Mr. Shoms? Do you? It was about 10 years ago that Barak von Six chose to enter the legal profession. However, before that time, the young man's closest companion, Ja, das wissen wir schon, war auch ein Japaner. Held from the Empire of Japan. Und der hat ihn dann irgendwie betrogen oder so. Und weil ihn ein Japaner betrogen hat, findet er jetzt alle Japaner scheiße. Toll. No. No. What the... Tell us more, Mr. Shoms. Achso, ja stimmt. Ich habe mich gerade gewundert, warum die überrascht reagieren. Ryunosuke weiß es ja noch nicht, weil wir gerade ja in der Vergangenheit spielen. Äh, am Ende vom ersten Spiel haben wir das ja erfahren und auch Ryunosuke, dass, äh, verfahren wir nicht. They're unable to tell you anything about the Affair. Oh, but... The wheel will be lifted on the events of the past in due course, I have no doubts. For now, however, it is Mr. Mustache, who is most deserving of your attention, I believe. Ja, da hat er schon recht. Okay, dann, Forensic Science, Forensische Wissenschaft. So, your T-Test, is that an example of Forensic Science? Indeed it is. An essential tool in cases that hinge on the knowledge of whether some T is of high or inferior quality. Not a huge number of cases, then. Perhaps a more practical example is required. Fingerprints, not yet accepted in our courts as evidence, I might add. Really, we are dragging our heels there. I hadn't even heard of them until recently. Ja, aber die sind sehr wichtig. Die werden auch noch wichtig in der Zukunft, kann ich euch schon mal sagen. Which is partly why I undertake research in this field myself, of course. Does that mean you're studying fingerprints, Mr. Schaums? There are others in that field already. And I abhorred the company of inferior minds. No, what I am researching is skin prints. Skin prints? A nomenclature of my own design, as is this chemical agent that makes it possible. It instantly reveals objects touched by whichever person is under investigation. Brilliant, Mr. Schaums. As long as it doesn't turn everything completely odorous and black. I assure you, my dear fellows. You will witness my forensic talents in action very soon indeed. Okay. Well, I think we should go back to the scene and see if we can uncover any new clues. Oder waren wir gerade eben schon. Aber wir haben nichts gefunden. That's the spirit, Runo. See you later. Yes, until later. No, no, Mr. Schaums. We were thinking you'd come with us. You were. Yes, of course. You said so just a moment ago. You said we'd witness your forensic talents in action. Yes, I do recall saying something along those lines. But you go on ahead. I shall be sure to follow you later. In all likelihood. Probably, maybe. Well, I might. Your commitment astounds me. Oh, thank you, Mr. Schaums. Will eagerly await your arrival. Wahrscheinlich will er irgendwo im Hintergrund chillen, wenn wir es am wenigsten erwarten. Bye, bye, Runo. Bye, Susie. Okay. Ja, dann gehe ich mal wieder. Ich meine, ja, dann gehe ich jetzt erstmal noch an andere Orte. Vielleicht passiert da jetzt was Neues, wenn ich wieder zum Talor zurückgehe, aber ich gehe erstmal woanders hin. Wir haben auch noch andere Orte, die wir uns anschauen können. Das Krankenhaus zum Beispiel. Genau. Weil da ist es ja so, dass da eben Miss Green ist. Aber ich glaube, Shamspear dürfte doch da jetzt auch untergekommen sein, wurde beim letzten Mal noch verraten. Hier im Krankenhaus. Und ich bin mir sicher, dass er einfach im Bett nebenan ist. So, dieses sehr saubere Krankenhaus. Mit den Mäusen oder Rappen, die da einfach rumlaufen. Wunderschön. Sankt Bartholomews. Genau. What do you suppose is happening? It sounds like some sort of disturbance. Yes, I hear angry voices. Aha. Yeah. Be not angry, O Ampel Lady. Verily, thou art mistaken. Mistaken, my foot. You were looking. You were looking at my painting. The eye of man hath not heard. The ear of man hath not seen. Trust foul in thee. The poison that moustached villain gaveth me. Forgive me, lady. I wish that you died from the poison. God a mercy, Ampel Lady. But thou seest, I have vigor still. Behold, my Shamspear dance. This looks rather ominous, doesn't it? Hallo. Ha. Lo, tis the lawyer from the land, whence risseth the sun. Schöne Umschreibung. How now? Um, what are you doing here, Mr. Shamspear? Mary. I do believe I am returned unto another ward. He was looking, that's what he was doing. Looking at my terrible work. Eastern fellow. So dark, you're clad. Oder so. Faith, thy work in court this morning was wonderful. I do applaud thee. Oh, well, thank you? Wir haben dich als Betrüger entlarvt, O. But, that doesn't mean, things will go so wonderfully. For you tomorrow, does it. Natürlich kein Metallstab, sondern nur aus Plastik oder Gummi oder so. Anon Egg. Was? Anon Egg soll was? Ich hab keine Ahnung, was die beiden Wörter heißen. Egal. War das Französisch vor allem das zweite Wort? Das sah eher Französisch aus. Okay, tschüss heißt es. Mr. Shamspear might technically be the victim in this case, but there's definitely a lot more to it than that. It's very hard to pin the man down. I'm so sorry. I'm such an awful person. Ah, Miss Green. Is everything alright? Oh, yes. I mean, don't worry about me. They're about to discharge me, so I must get ready to leave now. Oh, I see. Ja, sehr gut. Dann geht's hier wieder gut. Hoffentlich. Wie delighted that you'll soon be well enough to go home, Miss Green. Oh dear. You're too kind. I don't deserve it. Warum ist die denn immer so traurig? Was ist denn los? So, schauen wir uns erstmal um. Ähm, genau. Haken sind hier auch noch. Wir haben uns ja hier am ersten Tag schon mal umgesehen. Ähm, aber ich will gucken, ob es hier irgendwas Neues gibt. Ich meine, mit ihr kann ich halt nochmal reden. Aber das wird vielleicht auch nicht viel bringen. Vielleicht bin ich ja auch wieder falsch und ich muss erstmal anders quasi hin. Ähm. Ja, es sind überall sogar Haken. Okay, dann, ich rede mal, ich versuche mal mit ihr zu reden. Wenn es nicht geht, dann gehe ich halt eben woanders hin. So, are you feeling more like yourself today, Miss Green? I am. Thank you. I mean, people do recover from ordeals like this, don't they? Even people like me. Well, yes. It really was an ordeal, wasn't it? As far as I was concerned, I was just walking along in the snow one evening, minding my own business. And then, completely out of the blue, I was struck in the back by a knife and collapsed unconscious for days. Of course, when I finally woke up again yesterday, the whole business had been cleared up already. What a terrible week it's been for you. Oh no, I'm sure I'm very lucky, really. I look back on this front, Lee. Really? Anyway, I must be getting my things together now, so I'm ready to be discharged. Oh yes, of course. Sorry to take up your time, when you're obviously busy. But she's very down. Also, she's kind of sad because of something. Hmm. Here, that's a cool picture of her friend or so. That's what we've already seen. Has that done with her? Or like that? But, like I said, we already know the text we already know. But, yeah. We've got to look at everything I can do now. Then we're going to go back. We've got to look at some other places, which we can look at. So, we move on. I'm wondering if I'm in the prison still still got a lot of Soseki? Because we could have been able to do it now. Also, yeah, no, we haven't yet. He's not yet spoken. Because it must first be done with the analysis. And it could even theoretically be, that the T was still gifted. That's not so good for us. Then we have to show up, that Soseki didn't know anything about it or so. That's not so cool. But, yeah. Let's see. Then I'm going to the Briar Road. To the snowman. Yay! And we'll see if we can find something else. There's still the Seife. Right. Okay. But it's not even coming out of anything, that Susato says something or something. Hello, snowman! Yeah, I think then... Is here eher nix mehr. Okay, doch, die Seife kann ich mir aber neu anschauen. Die Tür auch übrigens. Vielleicht hab ich das auch nur vergessen. Beim letzten Mal oder so. Aber die Seife schau ich mir auf jeden Fall mal kurz an. With the exception of the top floor, where Mr. and Mrs. Gary Depp live, all the windows are bricked up. Achso, es gibt mir die Fenster. Yes, that's because of an old window tax... Ja, das wissen wir schon. ...that was charged on the number of windows a property had. In order to pay less tax, the plural members of society filled in many of their windows. But the tax has since been abolished, hasn't it? So the windows could all be opened up again, surely? Unfortunately, it would appear that the residents of this district can't afford to pay to have the work done. Yes, that is a sad state of affairs. Especially for people like poor Mr. Natsume, who have to live all cooped up in a windowless room. I suppose that's the price you pay for living in a very cheap accommodation. It always seems like a point that when you put it like that. Okay, ja gut. Dann gehe ich halt auf wieder. Ich werde schon irgendwo was finden, wo ich neue Infos bekomme. Gary Depp, du hast doch bestimmt neue Infos. Oder? Hat er ja... Glaube ich, würde eigentlich auch nicht so viel Sinn ergeben, wenn er neue Infos hätte. Weil er hat ja jetzt mit dem aktuellen Fall gar nicht mehr so viel zu tun. Mr. Gary Depp appears to be out. Okay. Hm. Oh well. Wir sind einfach eingebrochen. Also, possibly just have to come back again later. Okay. Dann gehe ich halt. Mann, wo muss ich denn jetzt hin? So, Gefängnis noch. Wenn das auch nicht stimmt, dann versuche ich halt wieder zum Tadort zurück zu gehen. Das wurde ja auch schon gesagt, dass wir da vielleicht zurück gehen sollten. Aber Gefängnis war ich ja auch noch nicht am heutigen Tag. Schauen wir uns das auch noch mal kurz an. So, es sieht doch gut aus für uns. Das ist irgendwie. Oh, Mr. Natsume ist back. So, hier ist. Mr. Natsume, hello. I am a cat. Sorry? I don't know who Mr. Natsume is. Mr. Natsume, he's trying to escape from reality. Trying to? He already has. Completely. So, what is your name then? As yet. I have no name. Mr. Naruto, he hasn't fully thought out his new identity yet. Maybe it's not too late to bring him back to reality. Mr. Natsume, you think you could open your eyes for us, Mr. Natsume? Mr. Natsume? What's... What? Was eigentlich jetzt Lurus gerade? Die Kinder waren so froh, dass Soseki erst mal nicht mehr vorkam. Oder dass ich heute einen Partner nicht sprechen musste und jetzt schon. Mr. Natsume, no! Dieses Morgen Proceedings in der Kurde prüfen, dass es Hoffnung gibt. Yes, yes! Welcome to the student Mr. Naruto Esquire was brillant, BUT, BUT! The Reaper is omnipresent in der Kurde! In my knowledge eggs! Hier! They are! Everywhere! What's he looking straight at me for? I think perhaps there are some things we should discuss. Oh, yes! Yes, we must! Okay, we can talk about him. Then we'll do it again. And that's about the case today. Or the conversation. In my whole life, have I ever been so moved as I was today? No! Of course. If I cast my mind back, there were perhaps one or two other occasions, that moved me more. But if I just block those out than today, being in that courtroom, was, was? It was the most moving experience of my life! Logum suit Mr. Naruto Esquire! You're too kind. Scotland Yard found the remaining tea, just as we deduced, and are analyzing it as we speak. There's nothing wrong with that tea! They won't find a drop of poison in it! That's a... Solem! Soorn! Soseki! Serpentie! Tell me, did you both drink the tea at the same time that night? Oh, yes! Most definitely! Remember? Drink tea while it's hot! We both poured it down our throats like it was a hot bath for our bellies! And at a time, you were both completely fine! As shown by the fact that he and Mr. Shamsby are then engaged in the Romeo and Juliet match. As opposed to the focus of Turnawa's proceedings will be how the poison was taken by the victim then. Ja. For this reason... But I mean, I'm still an Lippenabdruck. But I'm sure we can explain it. I'm sure he doesn't know the Chamsby. I don't know what I have ever done to him! You don't recall him taking issue with you over anything you've done recently. I've been holed up in my room. Immersed in books. I don't recall anything! Anything I've ever done to him! Aber was ich nicht verstehe ist, ist warum er mich nicht mehr wissen lässt. Ich will dir was wissen, Herr Natsume? Über die Soap, was anderes? Wollte er den Trick auch nachmachen, oder wie? Wollt ihr den Trick auch nachmachen, oder wie? Natürlich bin ich. Wenn ich Geld hatte... Ich hätte nicht gewählt, zu leben in einer kursierten Existenz in einer kursierten Lodgung. Oh, ja, du sagst es, weil der Kurs ist, dass es so cheap ist, nicht du? Genau, besonders die Wohnung, die ich in der Kursiert habe. Der spirit von der Kapitel Offender, der da noch lebt, hat die Kursiert. Und es versucht mich zu töten! Kapitel Offender? Ich habe gesagt, Lodgungstudent, Mr. Naruhodo Esquire, dass die nächste Zeit du mich besitzt hast, du bringst auf Super Soft Soap! Okay, das war's. Ich, äh, kann ich ihm noch irgendwas presenten? Ja, kann ich bestimmt machen. Machen wir erstmal die Tee-Tassen. Und den Brief auch noch gleich, den Brief bespart. Okay, falsch. Ähm, Mr. Natsume, es ist nichts, aber... Ah, es ist zu lange, seit ich bin auf der Presse, mit dem leidendlich humble Etikett oder so auf unserer Home-Land. Was? Du bist zu lieb. Ich accepte es glücklich. Entschuldigung, aber ich war nicht versuchen, es zu dir zu geben. Okay, soll ich jetzt hier umschlagen? Auch nicht. Hm. Okay. Ähm, ja, passt. Ich meine, ich könnte ihm sogar die Seife geben tatsächlich. Er hat danach gefragt, ob wir ihm Seife geben können. Ja komm, wir präsentieren sich auf jeden Fall neu. Okay, ja. Mr. Natsume. Was wissen Sie über das? Ah. Da ist es! Das leidendlich low-life, das meine Nachbar-Liefe und mich schlägt nach dem Tod von Despair. Slippere, sickle, psychotische Savantur. Oder so. Du bist wirklich aus Soap, nicht wahr? Absolut. Und ich habe meine Meinung ab gemacht. Die nächste Mal, wenn jemand mir Soap als ein Präsent gibt, ist es... Freundschaft, fertig, für immer! Oh nein, wir sind keine Freunde mehr! Ich weiß nicht, dass wir Soap für alles schlagen können. Das ist passiert, Mr. Natsume. Okay, aber nur ein lustiger Text, sonst nix. Ich meine, es kann sein, dass ich jetzt hier auch wieder fertig bin. Ähm. Hm. Na gut, dann... Lassen wir es halt erstmal und gehen nochmal zum Tarot zurück. Aber jetzt mache ich es schon mal überall. Äh, überall erstmal. Äh, so, Tarot. Da ist jetzt hoffentlich was Neues. Hm. Ist hier irgendwas Neues? Hahaha. Ach Gott, ey. So, aber ich würde dann erstmal sagen, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play The Great Ace Attorney Chronicles. Beim nächsten Mal geht es dann weiter hier am Tarot. Denn ja, ich glaube, irgendwas ist anders. Ich weiß noch nicht exakt, was anders ist. Aber ich glaube, irgendwas Neues ist hier. Und das werden wir uns dann beim nächsten Mal genauer anschauen. Okay. Also dann Leute, eben bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 No! Untertitelung des ZDF, 2020